malzeit freunde hier muss ich jetzt einfach ein total spontanes unboxing mit euch machen denn wir haben hier die möglichkeit ihr seht schon hier oder seht es auch nicht polforce gmbh die polforce gmbh und in der größe dieser kiste lässt sich natürlich erahnen und wenn man natürlich die überschrift das video liest was hier drin ist hier haben wir die ultimative gelegenheit dass wir uns zusammen das zweite rambo anschauen können den mk8 sozusagen das kleine backup für das neck knife kommt hier das mk9 lastblatt cnc mit zwei epischen jetzt einfach nur mal schnell anboxen da will ich jetzt nicht warten bis zum richtigen review das full set natürlich wieder mit kreis jetzt kommt mir jetzt alles meine runde genauer an mit richtig gut lichter jetzt müssen wir hier einfach mal schnell den blick reinwerfen einfach mal schnell den blick riskieren zieht euch die kiste rein wieder die karten wie gewohnt der einzelne patch ist bei mir die kann ich gewinnen passend passend machen wir ja momentan gerade läuft noch ein giveaway mit dem beiden patch und da da schwede eine subhilt klopper lag mein lieber was für ein es kein full tank ist ein verschraubter subhilt war ein wahnsinns parier element immer das ding läuft schon so als kurzschwert als römisches gladius geht es ja durch du geiler griff geiles mikater aber das werden wir alles mal schön ausleuchten in schönem licht die erste edition noch hansigniert schön schön hier noch der lederriemen zum ans bein binden so könnte die sammlung komplett hier mit den mk9 die es noch gibt aber da würde ich mal nicht zu lange warten denn selbst die custom und special edition modelle ging ja weg alles ist scharf ging weg wie geschnitten brot wird das auch nicht lange auf sich warten lassen bis da im shop steht ausverkauft ein riesen klopper und natürlich ein wunderschönes stück kino und zeitgeschichte ok also ihr wisst was bald kommt da müssen wir dann mal doppelt verlosung der patch machen also macht da noch mal mit dann machen wir gleich ja genau macht heute noch mit heute samstag morgen ist sonntag da ist schon mal der giveaway endezeit werden wir morgen am besten gleich zwei patch sets rausjagen damit sich das hier auch lohnt die geschichte hier also macht doch schnell im anderen rambo patch set giveaway mit dann hauen wir morgen gleich zwei pakete auf die reise wahnsinn dann werden wir mal in einem dritten video beide miteinander vielleicht vergleichen und schauen was das ultimative rambo knife ist das 8er oder das 9er ich freue mich schon drauf ok freundlich haut rein ich freue mich schon drauf ok freundlich haut rein